Und Tor! Was für ein Pfund! Ein Kilo! Brillant gemacht! Was für ein Traumtor! Da haben sie ihm schlicht und ergreifend zu viel Platz gelassen. Und dass man das nicht tun sollte bei einem Spieler seines Formats, das hat er hier gezeigt. Da hat er toll Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Keeper.